Wir machen weiter nochmal mit Funke auf der Position Nummer 9 mit den Kugelbombenraketen. Da steht jetzt dahinter F2+. Die Eingeweihten wissen, was damit gemeint ist. Die sind zugelassen tatsächlich in der Kategorie F2. Aber in Deutschland braucht man dafür eine Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz, um diese Raketen kaufen und nutzen zu dürfen. Und zwar eine Erlaubnis mit Fachkunden. Das heißt, das darf nur der ausgebildete Pyrotechniker machen. F3 eine Erlaubnis. Raketen bis 200 Gramm braucht es keine Fachkunde. Für F2-Raketen mit 75 oder 50 Gramm braucht man eine Fachkunde. Ich kann es Ihnen auch nicht erklären, warum das so ist. Wenden Sie sich vertrauensvoll an jemanden, der das kann. Bei irgendeiner Behörde ich kann es nicht. Ist so, leider nicht für jeden nutzbar, Funke Kugelbombenraketen in F2+. Ich kann es guess. Können wir mal, ne? Kann man mit dem Tau einpacken? Oih! Ja, das waren die Kugelbombenraketen der Firma Funke. Sie sehen, da ist dann schon ein bisschen mehr Ersatzmenge drin. Das merkt man auch deutlich. Leider nicht für jeden erhältlich.